Also mir hat die Veranstaltung ganz gut gefallen. Das ist das erste Mal, dass ich auf einer Culture Night der Jesidischen Community bin und es war sehr informationsreich. Ich habe jetzt erfahren, was genau der Jesientum ist, was die Bestandteile des Jesientums sind und neben der Information hat mir halt auch die Feierlichkeiten und das Spaßige sozusagen an der Veranstaltung und das ist gut gefallen. Es geht darum, dass es bei Russland ist, es geht darum, es geht darum, es geht darum. Ich finde, die heutige Kaltstandheit der jesidischen Community ist so ein Fallbeispiel, wie man es machen sollte. Also ich habe hier eben gerade gesehen, dass sehr viele von anderen Communitys, die jetzt lateinamerikanische, pakistanische Communities auch hier sind. Das wäre zum Beispiel also die interne Vernetzung zwischen den Communities. Als ersten Punkt, zweiter Punkt wäre halt die Teilnahme der deutschen Studierenden, der einheimischen Studierenden. Das wäre so als zweiter Schritt für einen interkulturellen und interreligiösen Dialog von hoher Relevanz. Ich sehe da auch Parallelen zu den Aleviten. Das war ganz ähnlich, als sie nach Deutschland gekommen sind. Sie haben ja einen Freiraum gefunden zur Entfaltung, zur Öffnung. Sie mussten im Herkunftsland sehr stark immer sich sozusagen verbergen. Es gab furchtbare Vorurteile ihnen gegenüber. Sie waren verfolgt. Und hier konnten sie sich nun öffnen, auch sozusagen wieder finden zu ihrer Religion und wieder eine Gruppenkonstellation für sich herstellen und eine Identität auch weiterentwickeln. Was die deutsche Gesellschaft von den Jesiden oder von der jesidischen Gruppe lernen kann, denke ich, ist zumindest zum einen Teil ihr Bild von religiöser Vielfalt im Nahen Osten öffnen. Man sieht immer nur die Christen, die Juden, die Muslime. Vielleicht auch noch neuerdings in der Türkei differenziert die Aleviten. Über die Jesiden weiß man bisher so gut wie gar nichts in der deutschen Öffentlichkeit. Und das differenziert das Bild über Migration aus dem Nahen Osten und religiöse Vielfalt im Nahen Osten und auch die Toleranz dieser Religion gegenüber anderen deutlich aus. und macht deutlich, da sind Menschen, mit denen ist es auf jeden Fall ein großer Gewinn in Kontakt zu treten und von ihnen zu lernen und über sie mehr zu erfahren. W parecer auch spannend. Ich habe mich dazu gespannt. Mein Name ist eine Frau in den Norden, der Frustlern. Ich bin schon ein Mann und die Frau. Vielleicht habe ich erklärt euch, ich kunde mir einen ganz starken stent, da er mich ein angenehmer wieder auf einen Schritt zurück will. Dann bin ich mir mit dem Schaagert-و-Kurdi in der Kurs� Corti da, und ich habe dir die Freundin und Freunde, in meinem Schlagert-Kurdi, und ich habe gesagt, dass ich die Schaagert-Kurdi und hab mich scholars gewohnt. Los Schaagert-votershaber hast, bin ich, nicht sicher, weil ich eine ein- und hat mich gemacht habe, Wir haben die Einwanderung, die wir in der Zeit haben, die wir in der Zeit haben. Wir haben die Einwanderung, die wir in der Akademik-Krise haben. Ich habe mich sehr gut und sehr gut. Es war voll schön, total nette Leute, schöne Musik und das erste Mal richtig lecker, war total toll. Interessante Stände, also es ist ganz gut, dass man hier von Station zu Station gehen kann. Echt, bekommt man mal einen anderen Einblick in uns doch eine sehr fremde Kultur und Religion. Gar nicht so verschlossen, wie ich eigentlich erst den Eindruck hatte. Also ich hatte das eigentlich mehr so als geschlossenen Kreis gesehen, aber ich habe mich schon irgendwie willkommen gefühlt. Ich habe sofort alle Hallo gesagt, als ich reinkam. Ich kam auch ein bisschen später und alle lächelten einen an. Und die Kinder flitzen die ganze Zeit rum. Die heutige Veranstaltung hat mir sehr gefallen. Die war sehr stark besucht. Die Veranstalter haben sich sehr viel Mühe gegeben, wie man sieht. Das Essen war auch sehr lecker und die Vorträge waren super. Ich habe heute auch vieles Neues nochmal dazu gelernt. Und das waren sehr informative Beiträge und auch die Infostände waren sehr interessant. Da konnte man noch mal intensiv ins Gespräch kommen und noch mal offene Fragen stellen und die wurden auch sehr gut beantwortet. Da wird man nachher. Hör Masch. Damit habe ich. Wir haben auch eine Bühne. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Oh, das war nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020